Total geil, Alter. Und wir sind die zwei einzigen Arschlöcher, die das wahrscheinlich haben. 130er Ping, Alter. Was willst du? Ich hab immer noch über 200. Typ? Ja. Lass die Runde gemütlich runterspielen und das Spawn ist der Master. Ja. Also egal, ich geh über die Nuss. Ich leck auch übel krass. Ja, ich bin rausgeklopft. Nein, Server-Connection-Beam-Closed. Nein. Aber du läufst auf einem Metalltreffer. Ja, was soll ich machen? Ich komm gleich und decke dich. Blöde Kuh, hat ja auch kein Rolex. Ich komm hin und beschütze dich. Gänse. Ja. 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 Ich komm mal den. Guck mal den von hier aufschließen. Ich freue mich nicht. Mach der einen Lärm. Ja. Mach der einen Lärm. Ah. Ah. Cool. 4, meinst du den? Ich geh da mal hin. Ah, 30er Pink. Oh, du bist wieder drin. Ja, ich bin wieder drin. Mal schauen wie lang. Okay. Na, ich hab immer noch einen 134er. Ja, ich hab 235. Jetzt? Was soll ich sagen? Ja. Ich dachte, ein 30er. Ja. 235. Und ich flieg wieder raus. Oh, nee. Das ist so geil. Oh, nee. Wo soll das noch hinführen? Lohnen sie an. Also mein Internet ist nicht scheiße. Ach, das ist geil. Und den Scaff lassen wir mal. Oder nicht. Ich flieg eigentlich eh wieder raus. Weiß ich jetzt schon. Das ist doch kein Scaff. Ein 230er Pink. Da flieg ich safe nochmal raus. Der ist gerade gestorben. Ja, guck. Wieder rausgeflogen. Echt? So, Connection. Wer ist der? Oh, so ne Scheiß. Digga, wenn ich die Connection da oben hab, ein 240er Pink. Nur eine Frage der Zeit. Alle fünf Sekunden liegt da raus. Oh, das macht gar keinen Sinn. Soll ich dich erschießen, dein Zeug irgendwo hinschmeißen? Das macht ähm. Moment da. Das liegt aber nicht an meinem Internet. Das kann gar nicht an meinem Internet liegen. Ich hab das von der K-Leitung konstant immer gehabt. Gegen Upload alles. Ja, guck. Warte mal. Okay. Ja, keine Ahnung was wir machen. Also, an meinem Internet liegt es nicht. Ich hab ein 480er Download, 16ms, ein Upload von 53. Mbit pro Sekunde. Also, fahren wird es nicht. Nee, das ist nicht so überhaupt aber. Aber ich hab jetzt auch grad Packet gelassen. Schmeiß meine Garten. Ich probier's jetzt irgendwie. Werd ich nicht schaffen. Ich werd nicht mal aus dem Budi rauskommen. Nee. Sobald ich jetzt runter renne, werd ich irgendwo unten in meinem Eingang werd ich wahrscheinlich wieder Packet gelassen. Aber ich muss mein Zeug irgendwo hinschmeißen. Aber wo am besten hinten ist, der Hidden Stash bei den ganzen Dinger bei der Gleise hinten. Hier hinten ist ja auch wieder. Die Bude laufen sie auch gern vorbei. Du rennst? Okay. Ich sitze am LKW hinten. Ja, ich renne grad. Ich probier so schnell wie möglich, irgendwo hinzukommen, wo ich's hinschocken kann. Ja. Hier zwischen den Silos. Vielleicht sieht's da keiner. Ah, zwischen den Silos. Ja. Und wieder Connection da. Nein, Mann. Das ist so krass, Alter. Darf ich die nächsten Runden einladen, bitte? Ja. Einfach nur so. Ja, darfst du. Weil ich Bock drauf hab. Wartest du von hier rechts in der Ecke? Olli, jetzt? In welche Richtung jetzt? Ich steh zwischen den Silos steh ich. Gib mir da einfach nen Headshot. Gib mir nen Headshot einfach. Meinst du? Und dann nehm ich dein Zeug hin? Nimm mein Zeug nicht. Lass es liegen. Ich weiß nicht, ob du mit meinem Zeug rauskommst. Du musst auf die komplett andere Seite, um rauszugehen. Das funktioniert nicht. Nee, ich hätt's bloß ins Gebüsche schmissen. Olli, ich lass mal jetzt. Danke. Was machen dann? Was geiles? Ich mach jetzt auch mal Reconnect. Reconnect. Nee, aber ich hab dich erschossen. Achso, achso. Du hast mich erschossen. Na, du hast die Sache. Schieß mich. Das hab ich mich erschossen. Ja, lass mich da einfach so komplett liegen, wie ich da lieg. Da passt gar nichts auf. Doch, die Munition. Wenn du die Zeit hast, klipp die Munition raus. Okay. Aber wenn du... Aber nicht, dass ein Gegner jetzt nachher dich hört oder so. Ah. Die Munition sollte schon rausklippen. Weil das ist M856 A1. Ich kann schon wieder nicht das Zeug umsortieren. Dieses Game fuckt mich manchmal so krass ab, gell. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh. Du hast ja noch ein 1-8 Christen hier. Ich weiß schon, warum ich da ab und zu gar keinen Bock hab, das Game zu spielen. Weil es einfach nur noch abkommt. Ich dachte, das wäre schon mal nicht. Hm. Ich mach mal komplett gleich mal Hotspistet. Alles. Alles. Cheers. Alles. Guys. Gus. Francesca. 4. Kartoffeln Kartoffeln 8. 8. 9. 10. 11. 10. 11. 12. 13. Scheiße. 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 Okay. Einen habe ich mit deiner Waffe weggemetert. Die war komplett leer, da brauche ich nicht mehr klippen. So, jetzt lade ich noch voll, dann schmeiße ich dein Kopfhörer und dein Helm noch weg. Und dann kann ich dann Munition wieder mit reinbringen. Und dann kann ich den Kopfhörer und den Kopfhörer kommen. Danke, Olli. Waren das Spieler oder waren das Gevs? Ich bin im Disser. Lass dir Zeit. Ah, okay. Der wollte deinen Loot klauen, ja? Das Schwein. Wollte der meinen Loot klauen? Mein? Der Skev da bei der Leiche. Hoshi, grüß dich. Meine Leiche ist auch durchlootet. Er schallt ihn vor Wodka. Herzlich willkommen, Hoshi. Lange nicht gesehen. Wie geht's? Wie steht's? Ich habe jetzt alles gemacht. Nochmal Speedtest. Hier ist alles. Okay. Ich habe gerade Cage gelehrt. Integritätsprüfung mache ich gerade. Ich weiß ja, wo unser Ausgang ist, gell. Ui. Ach, Level 2. 2. 2. Ja. Aber guck mal, was die gelootet haben. Ja, wieder alles. Uh, seid voll. Nimm die Nuts mit. Nuts sind mehr wert als die Bolz. Ich will das mal zu dem anderen gucken. Da sah, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ich schmeiß das dann erstmal her. Das ist wahrscheinlich hier sein Startgier gewesen. Die Zubo auf alle Fälle, ja. Alter. Was war das hier für ein Sportfeind? Ja, auch nicht viel besser wahrscheinlich. Level 14, okay. Bisschen besser. Woran kann das noch liegen? Hm. Ich will jetzt eigentlich gar nicht weiter looten. Ich muss mal... Ach, doch. Warte mal. Was hat denn der für eine Weste gehabt? Die habe ich komplett weggeschmissen. Bei dem anderen noch nicht. Kann das sein, dass ich auf der See vielleicht so viel habe? Warte mal. Ja. War halt wirklich schon. Hm? Hm? War halt auf. War halt auf. Warte mal. Warte mal. Wo hab ich denn hier? Was? Ah ja. 43 Schuss-RPM, alter. Ach zu. Gut, jetzt mach ich mich weiter hier. Hier drüber springen kann, ob ich das schaffe. Äh, fehlt noch ein bisschen was, oder? Zu spät abgesprungen. Oh mein Gott. Ich lieg im Dreck, Olli. Ich lieg im Dreck. Wo bist du jetzt gestorben? Oh, ich bin... Aber der hat mich gar nicht gesehen, Mann. Warum... Das konntest du ja nicht wissen, Junge. Er kam weiter gerannt. Hätte ich das mitgekriegt, hätte ich ihn rennen lassen. PS, okay. Gute. 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 YВот. Bis zum nächsten Mal.